Hallöchen meine Bärchen und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. So, wie ihr wahrscheinlich am Titel schon entdeckt habt, ist das kein Minecraft oder kein Habes neue Augen. Ich war die Woche lang etwas beschäftigt mit meinen ganzen Klausuren und Kranksein. Darum habe ich euch ein paar Zusammenschnitte aus TTT-Folgen hier jetzt hochgeladen. Ich hoffe, ihr habt Spaß drauf und am Ende werde ich noch etwas zu dem Server sagen. Was ist denn das, ein Trailer-Fesser? Das ist eine Dusche. Ja, ein Blasch. Wieso will ich jetzt stürmen? Durch eine Waffe. Oder durch Schaden. Lacken wir mal kurz. Lacken wir mal kurz. Ich muss mal kurz mein Fenster zumachen. Okay. Bin darf ich stürmen? Oh, da ist ein Slams, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Sieg mal, es explodiert gerade hier unten. Das ist aber eine Bombe. Also so eine Biene. Hä, wie kommen wir hier unten? Ja. Geh mal weg. Geh mal weg. Da sind wir ganz alleine drin. Toll. Hä, du bist beide damit getötet? Ja. Boah, Mann. Aber jetzt ist er auch drin. Ja, okay, Döte. Ja, gut so. Ja, gut so. Wurzeln kaputt gemacht, ja. Da bist du. Oh, mein Gott, ey. Krassos. Nimm auch mal einen Barhocker. Was für ein Barhocker, wo seid ihr denn schon wieder? Im Haus. Ja, tschüss. Der Ecke, den Böhleimer. Okay. McDonalds hat nicht weggeschmissen. Oh. Ja. Oh, guck mal. Oh, guck mal, Bicke formen, oder? Du hast so ein Bombs-Drink drinne? Ja. Das ist das Bermuda-Möbel-Dreieck. Oh. Oh, ich kann nicht nachher draußen. Ich steck meine Stuhlbeine einfach in dein dreckiges Loch. Dreckiges. Im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich extra so schön dreckig für dich gemacht, ja. Warte, warte, warte. Schon hast du so viele Leute tot. Oh, das ist schnuppe. Ja. Oh, guck mal, hier. Jetzt könnt ihr euch oben draufstellen. Der Internationale hier. Der Ösi, der ist da. Der Ösi, nein, rettet euer Leben. Jetzt kommen alle. Wow. Was war hier los? Hä, was ist, was, was schaffst du denn? Ja, oder was, wie ist? Was passiert denn hier? Mann, ich geh wieder da rein. Quatsch. Alter, die Tischbeine. Oh, ist der reicher? Hatte mir jemand die Tischbeine angeguckt. Die Tischbeine an, Marie. Immer die Masche. Sexy. Du stirbst selber, wenn ich so nah bin. Äh? Marie, willst du das? Äh, Marie, willst du gehen? Äh, dann war ich, geh weg. Was denn? Das Kier ist nicht. Was denn? Das Kier ist nicht. Was ist denn los? Ja, komm schon. Dein Schatz. Deluxe, deluxe, geluxe. Echt? Ja, neues Rajo. Das ist hässlich. Oh. Silber. Ja, genau. Mein Radio. Wo ist hier was zum Rollen und zum Springen? In dem Raum, wa? Im Wasserturm. Einfach, äh, okay. Ah. Da war der Hauk. Pusch. Er war angezeigt. Oh, schon cool. Bei mir ist die ganz normale Hand wie jede andere V. Ja, aber, ähm, ihr hattet das davor nie. Davor wurde es immer angezeigt. Sandwich. Da hat ihr, da hat ihr VSS, äh, Tech-Jab-Pack runter. Gibt's ein Ding jetzt. Das geht schon. Ich bin da ja. Oh. Wollen wir nicht. Gut gemacht, Tiro. Oh, alles, ich bin's, ich hab Hunger. Hm. Pusch. Kannst du mich bitte reinlassen? Nein. Hm, doch. Kann man ja nicht machen, ich bin's schuldig. Oh, gräßlich. Heck hier. Warum kann ich jetzt auch nicht mitnehmen? Weil ich will hierherlaufen mit dem Radio. Kann man das mitnehmen? Na, leider nicht. Deswegen sag ich ja. Oh Gott sei Dank. Oh Gott. Boah, Scheiß-Turm Boah, hinter mir wurde einer weggemacht Ugi KOS, Ugi KOS Was wer? Ugi Ok, macht den weg, wenn er sagt KOS Das ist seine Verantwortung Ähm, ja Darf mich zu verfolgen, bitte Marie? Ja, du bist der Letzte Hauptsache ich war der Letzte Hauptsache ich war der Letzte Marie KOS, Marie KOS, Marie KOS Sofort Auf der Stelle Gar nicht mehr Wie immer also Passbar auf Ok, hinterziehen mich mal Otto, geh weg, ich hab kein Medica Sanktu geh auch weg Ich bin im Cruisen Sanktu geh weg, ich will die So viele gerade Das sind doch die Sanktu Sanktu KOS Sanktu KOS Happy 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 Weg zu Ich hoffe ich hab dich nicht angeschossen Proxy Was war das denn? Könnte sein, ich hab zumindest kein Leben mehr Könnte sein, ich hab zumindest kein Leben mehr Oh, schrecklich Wenn ich kippe, ist Marie Heheheheh Wenn ich kippe, ist Marie Heheheheh Heheheheh Ich geh mir nicht auf Ich geh mir nicht auf Ich geh mal umdrehen Er ist die Luxe KOS Er ist die Luxe KOS Er ist die Luxe KOS Er ist gleich her so Achtung Wow 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 Krasses krassos als die da sind die meisten vorteile da rumfliegen oder so jetzt kann ich nicht mal ihn töten und mich testen lassen warte, was? das hat der gestorben der da hinten gestorben ist T30 Marie, Marie der Marie, der war schlecht Nö warte danke alle ran, alle ran hoppen warte, warte, warte oh scheiße warte, warte warte, warte, warte selber drauf ich dachte nicht dass die so weit geht oh hi Hey, hey, wer war denn? Wer hat ihn da oben angeschossen? Dete? Willst du mein Hero sein? Trüppisch! Wenn er so ein bisschen lauter macht, dann rauscht das glaube ich zu sehr, weil wir da jetzt schon rauschen extrem. Hallo Starry! Bei hier? Was machst du? Deswegen so bei mir. TTT? Okay, dann zieh ich wieder hoch, kannst ja gleich runterkommen. Ich schau mal an Kampagne. Wow! Leg mal ein T4. Also nicht ganz oben hin. So, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ich packe euch die Server IP und die TS IP unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr wollt, sehen wir uns mal auf dem Server, das würde mich irre freuen. Lest euch genau die Regeln von dem Server durch, da es nämlich ein ab 18 Server ist. Wir sehen uns dann beim nächsten Video am Mittwoch wieder. Ich hoffe es kommt dieses Mal auch. Folgt mir doch auf Twitter und oder auf Facebook, weil da treibe ich euch, wenn mal ein Video ausfallen sollte. So wie beim letzten Mittwoch. Und habt noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Los geht's. Bis zum nächsten Mal. Kampagne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.